Es ist ja mein Diamant, den ich dir geklaut habe, ne, von daher... Ja eben, es ist doch sein, es müssen sein. Meine sind alle weg, die siehst du in Form meines Lebens, wenn du auf P drückst, dass das ein bisschen höher ist als deins. Nice. Das sind meine Diamanten, die sind weg. Das bleibt aber auch so, selbst wenn ich sterbe, das bleibt so. Ähm, Vexaros, ich kann später dann in dem Mitschnitt dann irgendwie eine Liste zu den Songs hier aus dem Dings geben. Ne, und dann mal gucken. Also für diejenigen, die interessiert, was das jetzt für Lieder sind da im Hintergrund. Alter Klaus, was ist denn los, ey? Ähm. Mit der Logik-Influsor, ach scheiße, jetzt geht das Handy aus. Will rauskommt. Ne. Dann wird schon mal ein Chamber. Blicke ich jetzt nicht durch, will ich im Moment aber auch nicht durchblicken. Ganz ehrlich. Ne, gar nicht wahr. Nicht so rum. Ich will das gucken. Ob ich denn ein Zombie hätte in der Tasche? Oh, das ist kein Ding, das gibt's. Hm. Ne. Ne, 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 ne. Das sind nicht die Sachen, die ich brauche. Ne. Also ich muss jetzt irgendwie aus den Diamanten, den normalen Diamond, das herstellen, glaube ich. Obwohl, ne, ich hab ja noch den. Aber wie sagt das dann gerade, das funktioniert? Ich meine, das geht im Crusher. Ja, hab ich gerade gemacht. Aber? Es kann sein, dass der Crusher gerade keine Energie hat. Das hab ich nicht geguckt. Ähm. Das kann sein, weil meine zwei da immer noch ganz böse am Saugen sind. Ah, jetzt macht er was. Oder hab ich's vorhin ins falsche Gerät getan? Ich weiß nicht. Sehen sich alle so ähnlich. So, und wir kriegen raus. Ein Dust. Wow. Jetzt totally awesome. So, das reicht nicht für 80 Finger. Noch noch mehr Strings. Jetzt sind sie weg. Aber ich hab ja noch jede mehr von diesen, diesen Flames Twings, falls du die brauchen kannst. Ja, dann halt. Normale. Tö, dann nicht. Muss ich die Wolle draus herstellen, dass ich mein Sleeping Bag wieder machen kann, was verschwunden ist? Aber warum gehst du nicht kurz rüber ins Schneebium und scherst dir die Schafe auf Facebook? Da sind Schafe? Da sind Schafe. Da hole ich immer meine Wolle her. Das sind voll die Wolldealer. Ach so, dann bräuchte ich ja nur ne Schere, ne? Ja, willst du die von mir haben? Hast du eine? Ja, klar. Ich könnte mir auch eine craften. Okay, mach doch selber hier. Pff, nö. Ähm. Mach mir eine. Mach eine ganz besondere. Ach du Scheiße, was macht das denn für komische Geräusche hier? Das ist ja schlimm. Stopp. Einmal Forstschere. Hat deine Forstschere? Jawoll. Also musst du es natürlich gleich übertreiben. Es ist nur ne Schere. Du brauchst nur ein bisschen Wolle. Nein, nein, es ist nicht nur eine Schere. Es ist eine Forstschere. Das ist kein Kaffee. Das ist Kaffee Haar. Aber so, woran die Schafe? Du gehst Richtung Süden. In der Schneebio. Gut, renne ich ja genau falsch. Ja. War nur jetzt wieder zu regnen. 100.000 Geräte. Muss denn ja sein, dass das jetzt pisst. Wird sie doch wirklich eine Antwort? Nein. Auf den Weg halt hier noch ein bisschen Blaubeeren mit. Und Kantal mit. In halb abgeleuteten Bäume. Hast du hier auch mit der Feuerzeugrum gespielt? Mit Bomben, Feuerzeugen, alles was ich so in der Hand hatte. So, Obsidian-Schwert, Milb, Plus, 14, Attack. Weil auf gut Deutsch man sieht, wo Mammut war. Wenn da so ein bisschen Schaden in der Landschaft ist, war Mammut schon da. Ja. So, ein Schaf. Ich sehe ein Schaf, ich sehe ein Schaf. Und ich werde angegriffen von einer Spinner. Kein Problem, ich habe ein Obsidian-Schwert. Lass mir raten, Kai, das ist jetzt auch noch zu einem Forst. Obsidian-Schwert machen. Gibt auch Forst-Schwerter, ja. Okay. Aber kein Forst-Obsidian-Schwert. Da ist es ja dann lame. Warum hat mir dieses blöde Schaf nur ein Wolle gegeben, ey? Würde es auch. Frag es doch nochmal. Das auch. Das ist ja bestimmt eine mehrjährige Antwort. Die Menschen sind geizig hier, die Schafe. Oh, nicht nur geizig, sondern auch hinterhältig. Interessant. Es frisst Schnee. Und Instan wächst ihre Wolle nach. Ich werde mal ein. Das ist, äh... Ja? This is my craft. Oh mein Gott, wir sind gesungen auf neun Zuschauer. Neun Zuschauer, ladies and gentlemen. Die Leute gehen ins Bett. Schauer, habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Das sind bestimmt die ersten, die schon wieder aufstehen. Denken Sie, so scheißig ist, wie man immer noch etwas verpasst? Ey, die haben zwei Wolle gegeben. Hey, wuhu, wuhu. Und hier ist schon wieder ein Kind mit Waffen, ey. Hallo, was sind das für Eltern, die das zulassen? Oh, ab, du scheißvieh. Wett, tja, tja, tja. Das macht doch ganz schön Schaden, ich bin fast tot. Alter. Ja, normal, ne? Schaffe, 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 schaffe. Sie sind alle so geizig. Wenn's nur geizig wär. So, mit fünf Dingern kann ich mir jetzt ein Obsidian herstellen. So einen Helm herstellen. Yay. Yay. Also ich geh schon Richtung Endcontent, ja? Yes. Tja, da müssen andere erstmal hinkommen. Das stimmt. Und ich mach das, obwohl ich das Ganze ja nicht mehr kenne. Ach. Noch mehr Schafe da unten, noch mehr Schafe. Hätte ich jetzt die Geduld, jetzt auch noch stundenlang hier Diamanten zu farmen, hätte ich damit wahrscheinlich auch kein Problem. Oh, Spinne. Spinne. Ja, da müsste man noch... Diamanten ist ja leider so eine Sache, ne? Hm. Oh. 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 So, shit, jetzt liegen hier die Knochen... Das versteckt sich in einem Baum vor mir. Es ist ein Baumschaf. Wo hat das jetzt seine Wolle hingeschmissen? Wie die Knochenbaum, oder was? So. Wo ist die Wolle hin? Äh, wieso sind meine Truhen schon wieder so voll hier? Es ist doch ätzend. Weiß ich doch. Warum nicht? Ey, tu mal wissen. Äh, ich bin ja nicht der Dr. Allwissend. Nee. Du bist ja Megalink. Aber es konnte im Endeffekt auf dasselbe hinaus. Nee. Nee. Ich habe weniger Abonnenten als der. Ja. Hier geht es nicht nur nach Abonnenten. Hier war. Äh, da. Oh, jede Menge Schafe. Oh. Nee. Ich mache euch nackig. Du sollst keine Tiere vergewaltigen, ne? Also entweder fliege ich gerade wieder raus, oder der Server lag gerade wieder ganz böse. Ist okay, war ein Server lag. Bist ein Server lag? Bist du denn überhaupt? Hallo? Hi. Äh, ich bin die Schafe am Scheren. Die lassen sich nun nicht scheren. Ah, da kommt, kommt Zombie-Attacke. Bewegen sich auch nicht. Irgendwas stimmt mit diesen Schafen hier nicht. Das sind Leckschafe. Die waren ja auch in der Nähe von damals, als ich meinen, äh, Chunkfehler hatte. Ja, also die Zombies, die bewegen sich aber wunderbar. Nur die Schafherde hier nicht. Die steht hier tot rum und lässt sich irgendwie scheren. Ah, die, das lässt sich scheren. Ja? Das frisst auch, aber die anderen nicht. In der Nähe eines Bettes? Hä? Äh, in der Nähe eines Bettes? Kann sein. Hier ist ein Schieb. Wäre cool, wenn du mal schlafen könntest. Äh. Ja, wo ich nur wieder drei Kilometer zurückgehen. Achso, ne, dann lasst das. Dann kämpfen wir einfach weiter. Ah, nö. Ich bin jetzt wieder fast da. Ja, also jetzt bin ich schon umgedreht hier. Bin ich ja fast da. Na gut. Fast da. Ah, da kommt die nächste Zombie. Auf meine Ruhe. Ich schläge. Ich verwandle mich ja verwandeln, ne? Könnte ich ja machen. Ja, könnte ich. So. Hey. Dann verwandle ich mich lieber nicht, weil sonst krieg ich Sonnenbrand. Ja. Dann wirst du kein Burning Batman, sondern äh, Brenner Zombie. Das ist voll unklar. Ich kann dich auch gerne zu einem brennenden Amiga-Link verwandeln. Ich hab genug Feuerzeuge. Nee, nee, lass mal. Okay, dann nicht. Reicht schon, dass hier doch immer noch eine Horde-Zombies angerannt kommt? So, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, Diamanten-Farm. Stirp. Ja. Nein, nur ein Enderman. Enderman, komm her, komm. Nein, nicht weg. Ich will aber nicht. Nicht weg, Porton, komm her, komm. Lass dir auf die Füße hauen. Ja, und nochmal, komm. Jetzt brotet er sich doch weg. Arschloch. Der ich? Nein, der Enderman. Aber ich auch, ne? Warum du? Weil ich das immer bin? Hm, keine Ahnung. Schrafe, kommt her. Die wollen aber nicht zu dir. Sie wissen, dass sie es bei dir nicht unbedingt gut haben. So, ich mach sie nur nackig. Ja, vielleicht wollen sie das jetzt gerade mal nicht. Ich meine, ich bin zwar nicht vom Betriebsrat der Schafe, ne? Aber trotzdem. Es ist gerade strahlender Sonnenschein, da ist das gar nicht schlecht. Okay. Dann schwitzen sie ja nicht so viel. Genau. Okay. Das hier sind aber Backschafe, die gehen nicht. Was backen die denn? Du auch nicht. Ja, weil ich nicht. Die stehen da rum und gucken Löcher an die Landschaft. Da hinten ist eine fliegende Kuh. Macht nicht einfach nur. Hä? Warum fliegt die Kuh da hinten? Weil der Baum nicht geladen wird. Sieht interessant aus. It's magic, genau. Fliegende Kühe sieht man halt nicht immer, ne? Da Kuhra Wut. Okay. Das sind, glaube ich, die Bäume, wo er eine halbe Ewigkeit drauf einhaut. Kann das sein? Doch. Ach, jetzt sind wir wieder hier? Mal testen. Ne, ne, ist er nicht. Ach, was. Ja, guck mal, einer, guck. Na, komm doch. Du Pussy, komm runter. Ich sagte, komm runter. Komm runter. Ja, geht doch. Also, ich habe wieder ein bisschen Schwarzpulber, glaube ich. Ne, gar nicht, war hat er gar nicht getroppt. Schweilböcke. Ha, 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 ha. Ah. Ich habe hier jede Menge Chunkfehler. Ah, jetzt gehen sie direkt. Ich glaube, langsam beschwert sich mein Rechner, dass er schon seit Stunden aufnimmt. Es häufen sich nämlich hier die Fehler in der Landschaft. Wahrscheinlich sollte es ja einfach mal demnächst eine Aufnahmpause machen. Ja. Ich stehe hier über einen nicht geladenen... Ah, ah, scharfe. Salz. Ich nehme hier wieder Lidohr und auch sowas einfach mal mit, ne? Ja, 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 ja. Ja. Mach das. Bloos. Den...